Torsten Schwinn 35 Jahre alt, Landesligaspieler, Weltranglisten Vierter, Behindertensportler und vor allem Teil des deutschen Aufgebots für die Paralympics. In London wird er als einer der besten Athleten der Wettkampfklasse 7 antreten, der Klasse, in der Spieler mit starker Beeinträchtigung der Beine starten. Schwinn verlor sein rechtes Bein mit 6 oder 7 Jahren. So genau kann er das selbst nicht mehr sagen. Und auch die Ursache ist nicht ganz geklärt. Aber es gibt nicht viele Möglichkeiten, was es dann letztendlich gewesen ist. Es war natürlich irgendeine Krankheit und da gibt es ja nicht viel zur Auswahl. Aber ich wollte es nie wissen, es hat mich auch nie interessiert, weil das ist so und ich muss damit zurechtkommen. Für Torsten Schwinn ist seine Behinderung keine Barriere Sport zu treiben. Leistungssport. Dafür hat er sich eine ganz eigene Spielweise angeeignet. Mit Krücke und ohne Prothese. Eine Technik, die in der Welt offenbar einmalig ist. Die Art zu spielen hatte ich von Anfang an. Bin dann aber mal vom Verband eingeschränkt worden, weil es die Regelung gab, dass ich eine Prothese tragen muss. Und ich hatte das auch eine Zeit lang ausprobiert, aber das hat in meinen Augen auch nichts mehr mit Spaß zu tun gehabt. Und da habe ich für mich ganz klar entschieden, das mache ich nicht mehr. Und kurz darauf ist auch die Regel geändert worden. Und seitdem spiele ich dann so, wie ich jetzt auch momentan spiele. Und er hat Erfolg damit. Seine Spielweise ist zwar äußerst kraftaufwendig, dafür ist er am Tisch sehr flexibel und überraschend schnell. Damit hat er vielen seiner Gegner etwas voraus und bringt mehr Bälle auf den Tisch zurück, als sie von ihm erwarten. So auch bei den Slowenian Open Mitte Mai, die ihn auf Rang 4 der Weltrangliste brachten. Eine gelungene Generalprobe für die Paralympics, an denen er dieses Jahr zum ersten Mal teilnimmt. Für Peking 2008 wurde er trotz guter Leistungen nicht nominiert. Umso schöner, dass es dieses Jahr mit London geklappt hat. Und mit welchem Ziel fährt er nach England? Ja, also zwischen Ziele und Wünsche, ganz klar der Unterschied. Und Wunsch ist es natürlich, mit einer Medaille nach Hause zu fahren. Welche das letztendlich ist, ist glaube ich gar nicht so wichtig. Und mein Ziel ist es, erstmal in die Hauptrunde zu kommen. Und alles andere wird sich dann zeigen. Alles, was mehr ist, ist ein Bonus. So schlecht stehen die Chancen aber gar nicht. Mit übermächtigen Chinesen hat er es in seiner Wettkampfklasse schon einmal nicht zu tun. Und sollte es im Einzelnen nicht klappen, wartet ja auch noch der Teamwettbewerb auf ihn. Alles Gute für London, Thorsten Schwinn, wünscht das Mai-Tisch-Tennis-Team. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.